Hallo Leute, ich begrüße euch ganz herzlich zum heutigen Video. Und ich habe heute natürlich wieder einen neuen Dreibertrick für euch. Wenn ihr noch nicht mit Dreibeeren jonglieren könnt, dann werde ich euch das Video dazu hier oben einblenden. Solltet ihr für diesen Trick auf jeden Fall können. Wenn man den ganzen Trick kann, dann sieht er so aus. Wie funktioniert das Ganze? Ihr müsst natürlich mit einer Hand säulen können. Wenn ihr das noch nicht könnt, werdet ihr das Video dazu da oben einblenden. Und ich würde euch wieder empfehlen, wie immer als Rechtshänder mit der rechten Hand vielleicht erstmal Säulen zu probieren für den Trick. Und das Linkshänder mit der linken Hand. Ich bin als Rechtshänder, deswegen mache ich es mit der rechten Hand. Und wie gesagt, erstmal Säulen. Und mit diesem anderen Ball geht man dann einfach um den Kopf herum. Das ist anfangs natürlich sehr schwierig, würde ich mal behaupten. Weil beide Hände was anderes machen müssen. Also die eine Hand macht Kreisbewegungen um den Kopf. Und die andere Hand soll aber gleich wieder auch noch Säulen machen. Das erfordert am Anfang ein bisschen Geschick. Wenn man es aber kann, sieht der Trick finde ich ganz gut aus. Und es ist auch nicht mehr so schwer dann. Wie gesagt, erst Säulen. Und dann mit dem anderen Ball einfach um den Kopf herum gehen. Ich werde das Ganze jetzt mal meinen Zeitloper anblenden. Das war's schon wieder von dem Trick. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn ja, gebt dem Video eine positive Bewertung. Und wenn ihr nach Fragen, Vorschläge oder Anregungen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare. Würde mich sehr freuen drüber. Dann sehen wir uns am Mittwoch um 16 Uhr wieder. Bis dahin. Ciao.